Jetzt zählt es, jetzt geht es genau um diesen Pokal und den möchte sich Harald Leitinger, der Bad Haller, natürlich holen für Oberösterreich. Aber der Salzburger Piero Ljubic, der sich gegen den Fönklerbroker René Rapp im Halbfinale durchsetzen hat können, hat da natürlich was dagegen. Wir sind in Lag Nummer 3 angekommen, es geht auf 8 Gewonnene und hier holt Harald Leitinger ein fulminantes Innenbull-Finish. Holt sich das 2 zu 1 mit einem Break und Harald Leitinger kann hier dann gleich erhöhen, muss hier nochmal kurz umbauen und geht dann auf die Doppel 2 und der Pfeil, der sitzt. Zwei Legs Vorsprung, das ist schon ein Ding, aber plötzlich läuft es dann bei Piero Ljubic, der natürlich viel Erfahrung, internationale Erfahrung auch mitbringt. Und das ist die erste 180 im Spiel, hier zeigt er also sein Können, 49 Punkte Rest stehen und Harald Leitinger tut sich dann ein bisschen schwer mit der Höhe, hier nur ein Triple und das soll sich dann auch durch den weiteren Verlauf durchziehen. Piero Ljubic, 49, wird hier umbauen auf die Doppel 16, 32 und das knipst er auch. 3 zu 4 das Anschluss-Lag von Piero Ljubic und er macht in dieser Manier auch weiter. Er hat plötzlich seinen Rhythmus gefunden, sein Spiel präsentiert hier eine 140, stellt sich auf die Doppel 18 und das wäre bei Harald Leitinger das höchstmögliche Finish, die 170, die gelingt ihm nicht, im Gegenteil. Er präsentiert hier nur eine kleine Aufnahme mit der 55. Er hat so eine großartige Saison gespielt, Top Average und auch an diesem Tag gegen Fetty Kaya und gegen Alexander Steinbauer, gegen den Steirer hervorragend gespielt. Piero Ljubic dann mit dem 4 zu 4 über die Doppel 9. Er ist im Spiel angekommen und das ist jetzt schon beim Stand vom 6 zu 5 das ganz, ganz wichtige Break. 7 zu 5, Piero Ljubic braucht nur noch ein Leg zum Titelgewinn. Harald Leitinger, er braucht das High Finish. Das gelingt allerdings nicht und somit sind das jetzt die Matchstarts. Pfeil Nummer 1, Pfeil Nummer 2 sitzt. Wir gratulieren Piero Ljubic zum Sieg, zum Titel der Radical Darks Thunder League. Ich habe an mich geglaubt, also wenn ich mein Spiel spiele, dann ist es heute zum Schlag, obwohl jeder hat ihn vielleicht vorn gesehen. Aber ich habe gewusst, wenn ich mein Spiel spiele, dann geht sicher was. Gegen den Piero ist es sehr schwierig, wenn du nicht von Haus aus das Gefühl hast, dass du den Seelsker triffst und sehr viel arbeiten musst, dann wird es sehr schwierig gegen den Piero. Und im März geht es dann weiter mit Saison Nummer 2 unter anderem in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg. Und im März geht es dann weiter mit Saison Nummer 3 unter anderem in Niederösterreich. Und im März geht es dann weiter mit Saison Nummer 3 unter anderem in Niederösterreich. Vielen Dank.